willkommen zurück zu friday night funken ich habe das spiel sehr viel privat gespielt und bin sehr viel besser geworden und tatsächlich so viel besser dass ich milf schaffe auf hart und auch wie zwei tatsächlich ich habe sehr viel gespielt und ich bin da sehr stolz drauf man sieht jetzt war das ist auf hart nicht kein score hat aber der score hier zählt er jetzt nur für die weg die man hier sieht man sieht sogar ich habe wie vier schon geschafft auf hart im freaker gleich noch die ganzen anderen punkte zeigen ich habe ich weiß nämlich nicht ändern wenn ich die mod wie würde machen und dann neue tracks dazu füge so fangen an mit mami machst mörder also wie vier auf hart und danach zeige ich euch für mich persönlich das schwierigste spooki mann für zweier fahrt so keine bonus episode könnte man sagen fürs display wie gesagt wird wie kommt noch am freitagabend und ja bin sehr stolz dass ich bleiben konnte cool ich bin sehr stolz dass ich besser werden konnte in dem spiel also so viel besser dass ich beide schafften kann zwar bei dieser das war beim milf das letzte lied da gibt es einen trick den werden wir gleich noch sagen ich glaube ich werde es einfach wegschneiden ich glaube das ist sowieso langweilig ich werde sowieso und die ganze zeit so das war jetzt nicht meine beste runde in diesem lied aber auf jeden fall gut genug damit ich unten die leiste kommt sie nach links heißen kann hier das gleiche war nun kommt milf und bei milf gibt es einen sehr leisen trick bei dieser einstelle mit dem zudem komme ich jetzt gleich und zwar genau dann wenn diese stelle auftaucht heißt ich bin jetzt das mal ganz normal bis dorthin manchmal kriege ich es eigentlich besser hin aber vorführeffekt ja so meint es so muss doch niemand so und jetzt mit dieser stelle so oben rechts unten ist es ja und was ich im display gemacht habe also bitte ist es was ich in folge 3 glaube ich war das also beim first try so gesehen nicht was zwei beim display keine ahnung bei der folge gemacht habe ist einzeln drücken oben rechts unten und versucht ganz schnell zu zeigen aber was gelernt habe und was ich gemerkt habe was am besten ist bei dieser situation zu machen ist wie so eine dreh bewegung zu machen also weiter diese falltasten oben unten links rechts und einfach mit weiß ich mit einem finger über so rüber halten und gedrückt halten und dann so sich drehen bei oben rechts unten in dieser reihenfolge das versuche ich jetzt mal einfach drehen einfach seinen finger hier umdrehen über oben rechts unten dieser reihenfolge das kann ich am meisten empfehlen und ihr werdet noch sehen dass es geklappt hat und dass ich jetzt nicht komme ich krieg zwar kein perfekt raus aber das ist ein sehr guter tipp falls man kein perfekt haben will sondern einfach nur hier durchkommen möchte ich bin jetzt schon ganz weit links gut kann auch daran liegen dass ich das sehr oft gespielt hat das spiel ja das sieht man auch vor allem jetzt hier wo ich ganz viel gemisst habe ist es vorfühlt was soll ich sagen werde ich deshalb ganz weit links genauso wie ich kann mittlerweile jedes einzelne lied in diesem spiel eigentlich auf hart schaffen so dass ich ganz weit links in der leiste bin ungefähr so das war wie vier ich habe es ja fast geschafft in der einfolge so forns gehört übrigens auch zu den schwersten lidern zusammen mit milf zusammen mit spookies ja spookies nicht auf das zweite lied bei spookiemannflug 2 spookies viel schwerer als sauf und da sind sich die meisten einig also nicht jeder aber ich zum beispiel bin auch der meinung dass spookies schwerer ist als sauf das sagen viele ich habe sehr lange stark an spookies an fahrt deshalb konzentriere ich mich jetzt damit ich es schaffe es gibt eine stelle die ich überhaupt nicht kann das ist diese stelle ich kann diesen rechten fall nicht teilen aber ich versuche es mal auch verdammt das war eine sehr schlechte runde genau so sieht es eigentlich immer aus wenn ich dieses level mache außer ich schaff es natürlich so ungefähr ich bin fast tot aber so weit man hier ist hat man eigentlich schon gewonnen weil man ab hier hast du es eigentlich schon geschafft das ist nicht so schwer finde ich ich bin ganz weit links also eigentlich kann ich jedes lese wenn jemand das geschafft hat dann kriegt man auch sauf hin ganz einfach eigentlich im normalen fand ich bei normal fand ich sauf schwerer aber bei hart finde ich auf jeden fall spookies schwerer das ist eigentlich ziemlich schnell Ich versuche mich immer ständig zu verbessern, also ich spiele die ganzen Lieder immer viel öfter als eigentlich sollte und ich bin so gut wie ganz links vielleicht sogar bin ich ich weiß es jetzt nicht aber abgesehen ich habe es geschafft es ist wirklich menschlich beides fixer fahrt habe ich auch schon geschafft man sieht jetzt hier ganz gut ich weiß noch mal weil ich weiß nicht ob das gespeichert bleibt wir sehen uns beim nächsten story mode video wieder update dann kommt es raus hoffentlich diesen monat Untertitelung des ZDF, 2020